Noch mal. Deck ab. Deck ab. Deck ab. Deck ab. Gut. Keiner. Gut, Deck ab. Also richtig stehen kann er auch? Ja, jetzt manchmal tut das ja. Ja, das liegt halt ein bisschen an der Wand. Wir machen das draußen immer an Bäumen. Ja, die sind strukturierter. Hier, pass ab. Schade, dass er jetzt nicht draußen war. Entschuldigung, die Kuppen trägt. Ja, super. Gut. Komm mal her. Nee, jetzt hast du das ja schon gezeigt. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Schade. Komm mal her. Uh, Kuckuck. Gut. Kuckuck. Gut. Kuckuck. Gut. Kuckuck. Gut. Ein bisschen schöner geht auch noch. Kuckuck. Oh, oh, oh. Gut, Kuckuck. Fein. Gut. Es ist schon schwer, dass beide Pfoten an den Armen sind. Gut. Kuckuck. Fein. Ich glaube, das könnte aber noch besser, wenn ich es nur lieben üben würde, weil ich einen längeren Unterarm habe. Stopp. Good, stopp. Good, braun. Fein, Kuckuckuck. Du kannst es, ne? Hm. Ja, komm mal wieder runter. Q? Q? Geh mal auf. Das ist schon immer bereit. Schoko kommt wieder runter. Q? Q? Auf! 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 Geh mal auf! Ja! Super! Hi! Hi! Okay! Hi! Du willst? Gut gemacht. Gut gemacht, mein Mann. Gut gemacht. Jetzt musst du da mal wechseln.